Hey Leute, willkommen endlich zu meinem und Black Soul Dianas Games City 2019 Video. Wir waren in Wien. Wer nicht weiß, was die Games City ist, ist sozusagen eine sehr kleine Gamescom, aber sehr schön und sehr cool, weil wie unter mir schon seht, es ist im Wiener Rathaus und das ist mega sexy. Diese Kronleuchter, diese Gewölbe dort, die Diana hätte am liebsten die Türen mitgenommen und die Fenster. Ja, wirklich. Also eigentlich war mir der Inhalt komplett egal, weil ich dieses Gebäude so angehört habe. Ich fand auch, ehrlich gesagt, die Kombination ziemlich geil. Die Spiele kannten wir schon. Wir haben jetzt nichts angespielt, weil kannten wir schon. Es gab zum Beispiel, seht ihr gleich im Video, einen Borderlands 3 Truck, wo man Borderlands 3 spielen kann. Ich habe Borderlands 3 schon 50 Stunden gespielt, die gab es zweimal durchgespielt. Warum soll ich da das anzocken zum Beispiel? Aber, wie ihr ja schon mal eine Hand oft gesehen habt, wir haben uns ein Bändchen geholt. Seht ihr auch jetzt hier gerade. Also ich habe jetzt zwei Gamescom-Bändchen und ein Game City-Bändchen. Irgendwann wird er mit dem der Arm abfallen, blauter Bändchen. Also ja, das haben wir uns auch dort gegönnt. Ja, selbst schuld. Selbst schuld. Das 18er-Bändchen von der Gamescom habe ich runtergenommen, weil, ich weiß nicht, Tomb Raider wollte... Jeder muss wissen, Leute, dass Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, am 14.09.2018 erscheint. Das muss man wissen. Stell dir vor, wenn du jetzt nicht drei Jahren dich befragst, du weißt es nicht. Ich schon. Ja, außer ich habe hier, wenn ich nach rechts gucke, mein Regal. Da ist das Bändchen wie Rambo als Stirnband von meinem eigenen Stofftier. Was jetzt ein bisschen nervig ist, apropos Bändchen nochmal kurz, dass es halt so anders festgemacht ist. Es geht mir manchmal auf die Nerven, die Katze will es am liebsten essen. Und es fängt an zu kacken. Auch, ja. Also kann sein, dass wir das bald mal loswerden müssen. Aber Leute, jetzt erst beim Hintergrund. Wir haben nicht so viel gefilmt. Also ich. Ich habe nur insgesamt so zwei Minuten gefilmt, aber es reicht, um darüber zu quatschen. Denn ja, wir haben auch mehr geguckt und es war nicht so groß. Ich mache mal auf Play. Ich wackele auch hier sehr professionell rum. Hier seht ihr mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, hier seht ihr mal den Haupteingang. Da sind wir gerade reingegangen. Wir mussten übrigens unsere Getränke abgeben. Ziemlich nervig. Sogar das Wasser. Aber auf der Gamescom nicht so. Das ist traurig. Auf jeden Fall. Hier sehen wir schon mal die Bühne hier vorne. Games City steht drauf. Das rechts war ein Zelt. Das hat sogar lustigerweise meine Mutter im Fernsehen gesehen. Da haben Leute ja Fortnite gespielt. 100 Leute gleichzeitig. Battle Royale. Ziemlich lustig. Links seht man das Medienmarkt-Zelt. Das war das Merch-Zelt, was wir nachher auch noch sehen werden. Wir machen mal ein bisschen weiter hier. Rapid hier brav rumgefilmt, rumgewackelt. Ja, schön machst du das. Schön machst du das. Warum wackele ich so? Ich brauche eine neue Camp. Ja. Wir wissen eh schon, welche Camp deiner. Ja, wir wissen eh schon, welche Camp deiner. Da gibt es schon meine. Auch hier seht ihr nicht meine Kameras drüber. Machen wir kurz drüber. Rechts oben diese Bänder, die hier runtergehangen sind. Man hat es von Weitem schon gesehen. Okay, da ist die Game City. Und wisst ihr, was noch ein Vorteil ist von der Game City im Gegensatz zu Gamescom? Kostenloser Eintritt. Das ist geil. Das ist geil. Nur nehmt bloß nichts zum Trinken mit. Was? Hm? Ja, was auch meine Verbutung stärkt, dass man deswegen auch nichts zu trinken mit reinnehmen darf, weil schon kein Eintritt. Aber du bekommst einen kostenlosen Eistee. Was ich an Unverschämtheit finde. In jeder nur Zuckerwasser. Aber natürlich kein normales Wasser. Mein Lieblingszuckerwasser. Voll kein Eistee. Ja, du hast beide. Aber Leute, ja. Das machen wir das. Weiter geht es mal ein bisschen hier. Hier, genau. Hier ist dieser Boralens 3 Truck. Ist echt lustig. Ist ein fucking LKW. Wirklich. Vorne auch mit Führerhaus. Und da drin konnte man eben Boralens 3 spielen. Finde ich geil. Aber wie gesagt, habt ihr schon komplett durchgespielt. Ich seh's ja auch rechts oben jetzt hier. Nein, hier ist meine Kamera schon wieder weg. Jetzt seh's auch rechts oben hier. 13. September ist das erschienen. Nein, ist also schon ein bisschen älter. Aber cool. Für Leute, die es noch nicht gespielt haben. Und auch ein Tipp von mir. Spiels unbedingt. Es ist geil. Macht aber mehr Spaß mit Freunden. Und ja, wir gehen ein bisschen weiter hier. Die wunderschönen Rosen. Ja, Dianas Rose natürlich. Hier sehen wir schon drin. In der ersten Mini-Halle. Das war so ein Gewölbe hier. Und da sieht man auch über Playstation VR. Mal kurz vor den Druckspulen hier. Kurze Videos, wie gesagt. Da waren auch noch so Death Stranding zum Angucken. Das glaube ich nur. Und ja, so eine Mini-Playstation-Halle. Aber dieses Gewölbe oben, ne? Ist halt schon geil, ne? Man guckt euch das an. Guckt euch das wieder. Stell dir vor, ihr zockt jetzt nicht in so einer blöden, ich nenne es jetzt mal wirklich schwarzen, hässlichen Gamescom-Halle. Sondern hier wirklich in einem wunderschönen Gewölbe mit diesen Grundleuchtern oben. Und es ist schon ganz anders. Es ist ein ganz anderes Feeling, ne? Es ist wirklich, ja. Schaut euch, schaut euch unsere Bilder auf Twitter an. Ja, genau. Wir haben auf Twitter und Instagram auch viel rumgepostet, auch auf YouTube. Gerne einfach mal durchgucken. Und es ist schon geil, schon geil. Hier haben wir Stories gepostet und so weiter. Die haben es halt bei R gespielt. Das, Leute, das hier ist der Aufgang zu den anderen Räumen. Es gab hier natürlich keinen Lift, weil das ein uraltes Rathaus ist. Und man musste alles über rote Teppiche betreten. Finde ich geil. Und beim zweiten Mal, also wir waren ja einmal oben und dann waren wir wieder unten, was trinken. Dann sind wir nochmal hochgegangen. Und beim zweiten Mal war es halt schon anstrengend. Wir sind Gamer. Wir gehen doch keine Treppen eigentlich. Aber es macht schön froh. Also Leute, die immer Treppen gehen. Aber ich sehe es auch nicht wunderschön. Also das hier, Leute, müsst ihr euch das vorstellen? Das hier ist der Zwischengang von, unter Anführungszeichen, Halle zu Halle. Ihr kennt es bei der Gamescom, da geht man eine ekelhafte Treppe hoch, eine weiße oder fährt mit der Rolltreppe hoch. Ganz andere Welt. Ich will jetzt nicht die Gamescom schlecht drehen, aber das ist halt hübscher hier, ne? Um das halt zu vergleichen, ne? Ja, die Location ist tausendmal besser, aber natürlich ist die Gamescom vom Angebot. Klar, also da gibt es einfach viel mehr und alles viel größer und so weiter. Das ist halt echt viel, viel kleiner, dafür auch meiner Meinung nach viel, viel schöner. Ja, hier seht ihr auch die Treppengelände. Es ist alles uralt, wie auch noch mal drüber gefilmt. Sau. Ist schon schön. Da stellt sich die Härchen. Da war kurz ein Erinnernbild. Ist schon schön. Das hier oben ist ein Raum gewesen, da hat es wunderschön angehalten, sehr pixelig. Ihr könnt mal die Pixel zählen, in die Kommentare schreiben. Und hier haben sie Rainbow Six Siege gespielt, in so einem, muss man sagen, in so einem, ein bisschen rüber zoomen, ja, genau. Ah, nein, 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 oh mein Gott. Kameraführung on point. In so einem, jetzt muss man sagen, ist das Versammlungsraum oder was? Ich seh's mit Holzdecke hier oben und es ist auch gleich hier uralten Stühlen hier unten. Ist schon geil. Und da ist ein, ja, Live-Event gewesen mit Rainbow Six Siege. Es ist schon geil. Also wenn wir ein Turnier spielen, dann in so einer Location. Man guckt doch mal die fucking Lampen hier oben an. Das ist echt eine andere Welt, ne. Man denkt sich so, hey, das Gebäude steht da seit, keine Ahnung, 1800 oder was. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist. Und da wird halt neuesten Computerspiel drin gezockt. Dieser Kontrast, ist halt echt sexy einfach. Das ist echt sexy. Ja, das war super. Und an jeder Ecke. Ja, man guckt doch mal hier das Kronleuchte an, Leute. Guckt ihr das an. Das ist die Haupthalle übrigens sozusagen, in Anführungszeichen. Hier gab es Luigi's Mansion 3, Pokémon Schwert und Schild zum Anzocken und noch viel, viel mehr. Und auch das grüne Licht hier ist wunderschön mit diesem Gewölbe. Auf der Decke wurde Game City hochprojiziert, was ein bisschen rumgewandert ist. Meine Fresse, jetzt sehe ich erst, wie ich hier rumwackele. Saturn war auch dort. Also Rabbit, ich glaube, unser nächstes Spendenziel wird ne bessere Kamera und nen Kamerakurs. Ne, ne bessere Kamera und sie dir in die Hand drücken. Ah, ha, ha, ha. Also kriege ich den Kamerakurs? Natürlich, welchen Kamerakurs? Oh, da wäre ich dabei. Du kannst froh sein, wenn ich die Kamera kaufe. So, aber wunderschön hier oben das Game City, ich glaube, er hat einmal herangesoomt auch noch. Ich fand das ziemlich cool auf dieser, man guckt sich die Decke an, Alter. Guck dir diese Decke an. Oh, professionell herangesoomt. Ey, klingt natürlich zu. Ja, siehst du, würdest mir einen Kamerakurs bezahlen, wäre das Beste. Das war das Beste. Das war das Beste. Das war das Beste. Müsst ihr euch vorstellen, wir sind noch ein Stock nach oben. Ihr seht da ja oben die Decke weiterhin mit dem GameScore-Logo. Und wir sind jetzt aber hier in dieser oberen Etage, wo man am Mausteil gerade ist. Und da unten waren wir gerade. Da unten ist eben Luigi's Mansion gewesen, Pokémon, Schwert und Schild und vieles, vieles mehr. Und ihr könnt da einfach von oben da runter gucken, das war das Geilste. Das haben wir auch auf Instagram-Story geteilt, YouTube-Story. Wir haben Bilder gemacht, das ist einfach wunderschön gewesen. Guck da mal runter, bitte. Was halt noch geil war, links hier oben, wo wir gerade stehen auf dieser Etage, waren auch Retro-Spiele und Indie-Spiele. Natürlich jetzt nicht 300 auf der Gamescom, sondern eher so drei. Aber ist cool. Es ist cool. Wie gesagt, es ist klein, aber ich fand es echt cool. Und halt sehr, sehr, dadurch, dass es so verwinkelt ist, hatte man da auch wirklich seine Uhr, weil wir halt gar nicht so viel Menschenplatz hatten. Aber wie ihr hier seht, diese Menschenmenge ist echt wenig. Also wie gesagt, wie wir dort waren, wir haben einen guten Zeitpunkt gehabt. Das war, wir waren dort am Freitag. Es gab aber Freitag, Samstag, Sonntag, war das offen. Frei. Aber wir waren halt schon am Mittag dort. Also gleich ganz am Anfang. Ich glaube, eröffnet hat es, keine Ahnung, 13 Uhr vielleicht. Ich weiß echt nicht, wann das angefangen hat. 15 Uhr. Nein, 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 ich meine, weil man reinkaut. Achso. Ich auch nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall schon dort, also diese Aufnahme hier, bevor die Game City vom Bürgermeister eröffnet wurde um 15 Uhr. Also hier war echt noch wenig los. Am Samstag, Sonntag, hat meine Mutter halt im Fernsehen gesehen, ich nicht, war es dritten voll. Also komplett voll. Ist dann schon ein Unterschied. Also wer hat da echt noch Glück? Ja. Und aber auch selbst, wenn es hier komplett voll ist, hat man trotzdem, wie eben der Anna sagte, durch diese Winkel und Ecken, schon so seine Ruhe halt auch. Ist schon geil gemacht. Und man musste sich natürlich auch dann nicht, so wie bei der Gamescom, drei Stunden anstellen für ein Game, ne? Also man konnte, also wir wollten, gewollt hätten, zehn Minuten vielleicht angestanden und hätten Pokémon schwer an den Schien spielen können, zum Beispiel, ne? Ganz einfach. Und das finde ich auch geil, bei solchen kleinen Veranstaltungen, dass man eben auch viel schneller drankommt, ne? Das ist schon sexy. Ja, aber ihr seht, wunderschön, diese Kronleuchte, die runterhängen. Da links seht ihr jetzt übrigens, hier sind die Indie-Spiele. Und ja, ist schon geil. Ist schon geil. Ich glaube, draußen war ja auch noch ein bisschen, genau, da, da, Vorsicht, halt die neuen Konzthüten bereit. Ich habe mich jetzt einmal im Kreis gedreht. Das war das Zelt, also die Halle, in Anführungszeichen, wo eben diese 100 Leute Fortnite-Gelander gespielt haben. Echt konzdeck. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten natürlich. Wir hatten ja dort auf der Messe, also im Rathausgebäude, keine Merch gesehen. Hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber es gab draußen, wie gesagt, ein Mediamarkt-Zelt. Wir haben uns einfach nur, bei uns gedacht, hey, da kommen so viele Leute mit Mediamarkt-Tüten raus, da, ne? Und das scheint es anscheinend mal spielig zu geben. Und da dachte ich mir, ja, okay, dann gehen wir halt mal in dieses Mediamarkt-Zelt. Und dann ist dieses Mediamarkt-Zelt einfach mal gleichzeitig auch die Merch-Halle. Wie gemein! Ne? Wie gemein! Und Leute, ich möchte kurz was zeigen. Ich habe ja auch was gekauft, weil ich es noch nicht aufgehängt habe, weil das Video noch nicht hier online ist. Ich habe hier ein Dragonball-Poster gekauft. Das werden wir nämlich hier hinten an die Wand hängen. Jetzt seht ihr es, ja. Hier hinten an die Wand, an meinen Kasten, mit meinen Kasten, die passiert. Und, also das habe ich mir gekauft, ein Dragonball-Poster. Ist ziemlich groß, leider. Und der Jena hat sich, glaube ich, so ein 3D-Bild gekauft, nennt man das? Ja, mit den Shinigami von Death Note. So muss das sein. Brave Freundin. Brave Freundin. Ja, es sah so Hammer aus. Ehrlich mal ohne Menschen, nur Shinigami und Ryuk natürlich ganz vorne. Aber ja, auf jeden Fall, hier die Merch-Halle habe ich auch auf Twitter, Instagram und YouTube-Sachen geteilt. Ich war sehr brav, sehr fleißig in Salzburg und Wien am Social-Media-Influencer. Ihr seht auch schon die ganzen Figuren hier. Wer ist denn die Kisten nochmal, schnell? Wollen wir kurz werden? Genau, Daki Makura, diese Kuschelkisten, Kissen mit leicht begleitenden Damen. Ich habe in der Merch-Halle jetzt nicht so viel gefilmt. Also, wie gesagt, mehrere Stände hier. Ganz hinten links war der Mediamarkt. War jetzt vieles günstig, wenn man eine Maus oder so gesucht hat, auf jeden Fall, oder ein Headset. Brauche ich aber alles nicht. Ich habe alles. Oder meisterte der Klinik den Katschuh. Der Film. Da war auch 2 Euro weniger als auf Amazon. Aber wie gesagt, also Maus, Headset und Tastatur war echt nicht schlecht, muss man sagen. Aber ich habe halt alles von Logitech schon. Hat das keinen Sinn gemacht, immer was zu holen. Aber eh schon. Keine Linkshänder-Mäuse. Schämt euch. Ich habe halt echt schon für mich die beste Ausrüstung. Aber sonst war es ziemlich billig, muss man so sagen. Und ja, Merch war ganz normal, preisig, war jetzt nicht hardcore. Hier nochmal das Gebäude von außen, wie ihr das seht. Alter, habe ich gewackelt. Und ja, hier der Turm vom Anfang des Videos. Ich weiß nicht, warum der eigentlich Kleid ist eigentlich. Wahrscheinlich habe ich gerade restauriert. Hier die Games, die Bühne, wo der Bürgermeister dann drauf war. Und hier nochmal der Borderlands Truck in voller Pracht zu sehen. Hier nochmal die Bühne. Wie gesagt, hier war dann der Bürgermeister drauf und hat gesagt, yo, nice, dass ihr da seid. Ja, ich fand das echt toll. Er war richtig offen für das Ganze und hat sich voll gefreut, wie viele Menschen da sind und hat es nicht so verteufelt, wie das ja viele machen. Also, grandios. Ich fand es einfach total schön, auch wenn man gemerkt hat, dass er keine Ahnung hat. Aber er hat sich trotzdem gefreut und das war echt toll. er hat zum Beispiel Spielen gesagt, schau zock, soll sich schämen. Aber ja, man hat auch gemerkt, das ist jetzt nicht die erste GameC, die gibt es jetzt schon mehrere Jahre. Und er merkt auch, dass es erfolgreich ist und es merken auch immer mehr Leute, was da in dieser Gaming-Branche zu holen ist. Immer mehr Real-Life-Fußball-Clubs zum Beispiel haben ja auch E-Sport-Clubs, die halt am Controller-Fußball spielen. Das ist ganz normal schon. Die Leute checken immer mehr, was da halt also drinsteckt in diesem Gaming. Wie viele Kompetenzen auch. was man daraus machen kann und wie viel Geld man da verdienen kann. Bla, bla, bla. Hier nochmal zum Abschluss von der Seite hier gefilmt. Hier diesen Banner fand ich halt wunderschön. Auch diese Blübchen, die haben Ratos drauf. Befasch, ne? Diese Laternen. Also ich hab das Ganze so abgefeiert. Es hat Wunder, wunderschön. Wunderschön. Die Säulen an. Die Nebengebäude auch wunderschön. Und hinten war noch ein Park. Und das hier ist das GameCity-Abschlussbild von meinem Video. Ein Zaun. Schön. Schön gemacht, Rabbit. Gut gefilmt dieses Jahr. Gut gefilmt. Aber ja, es gab auch wie gesagt nicht so viel zu filmen. Ihr habt alle Hallen gesehen, es war nicht so groß, aber eben wunderschön. Es ist ja keine Gamescom, aber halt. Ja, trotzdem eine geile Spielemesse. Würde ich gerne wieder hinfahren. War auch vor allem lustig, da ich und der Nern nicht nur in Wien waren in diesen vier Tagen, sondern auch in Salzburg. Also ein bisschen Sightseeing in Österreich, ne? Die schönen Berge. Ja, ja. Und wir sind sogar mit dem Zug dann nach Wien. Es gibt verdammt nochmal eine wirkliche Direktverbindung zwischen Salzburg und Wien. Da guckst du, ne? Da guckst du! Aber ja, es war ziemlich geil. Also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal hinfahren. Hat mir sehr gut gefallen. Die Location vor allem, wie gesagt. Ja, Games gab es jetzt nicht so viele dort, wie auf der Gamescom natürlich. Aber es gab halt schon geile Sachen, so wie Borderlands oder halt Schwert und Schild, weil es ja bald rauskommt und wir hier auch zocken wollen. Und das Essen war verdammt gut. Da kann sich die Gamescom eine Scheibe abschneiden. Ich habe zuerst mal in meinem Leben ein Langosch gegessen. Also mit etwas darauf. Speck und Käse, glaube ich, war es. Speck und Sauerrahm. Oder Rahm. Ich kannte Langosch nur mit Knoblauch und Salz. Neue Welt. Ne, öffnet sich von Rapid. Rapid war begeistert. Genauso wie von Flammkuchen. Rapid ist eine andere Welt. Scheiß auf Pizza. Flammkuchen oder Langosch belegt ist einfach keiner. Und ja, es war schon cool. Es war schon cool dort auf jeden Fall. Es hat auch schönes Wetter, wie ihr seht. Das war nicht der Normalfall, nämlich bei unseren vier Tagen. Also es hat alles gepasst. Es hat alles gepasst und hat Spaß gemacht. Nur das mit dem Trinken am Eingang wegwerfen, finde ich noch immer komplett dumm. Vor allem Wasserflaschen wegwerfen, die noch voll sind. Also bin ich jetzt kein Fan von. Wie gesagt, die haben zwar gesagt, das ist so üblich, aber das ist nicht mal auf der Gamescom so. Wie gesagt, ich hätte es verstanden, wenn wirklich sie wollten, dass man dort halt was zu trinken kauft. Aber ich denke immer, man kann es doch begrenzen, zumindest auf eine Flasche Wasser. Vor allem Wasser, ey. Und da gehst du rein und dann kriegst du einen kostenlosen Eistee, wenn du aber eigentlich dein Wasser wolltest. Das ist das Einzige, was mich hat wirklich genervt. Das muss ich ehrlich sagen. Aber sonst, wie gesagt, gratis Eintritt war alles geil. Hast du noch abschließend die Worte deiner? Also von der Location her, ich war verliebt. Also ich würde auch nochmal hingehen. Schon aus dem Grund. Ich glaube, der hat mehr Fotos von Türen und Fenstern gemacht als von was anderem. Wenn sie nicht verschlossen wären, hätten wir wahrscheinlich eine Tür am Rücken mit heimgetragen. Aber ja, Leute. Das war unser kleiner Einblick in die Games City 2019 in Österreich, Wien. Wer unsere Gamescom 2019 Videos noch nicht gesehen hat, waren wir auch dort natürlich in Köln. Der kann jetzt auf der Endcard gerne draufdrücken oder bei Dianas Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Vorbeischauen, auch gerne. Ja, hin und wieder kommt was. Aber bitte nicht wundern, Leute. Ich bin bei so vielen anderen Projekten dabei. Bei mir kommt nicht so oft was. Auch wenn immer wieder gesagt wird, warum, warum? Der ist immer fleißig unterwegs. Aber Leute, wer nichts verpassen will mehr von solchen Gaming Highlights wie der Gamescom oder der Games City, gerne ein Abo hier. Lassen. Viel Spaß. Hau rein. Und ciao. Tschüssi. Macht's gut. you. Sub beep. Ann magari imposed